was geht ab willkommen zu diesem video auf meinem kanal hier ein video dazu dass ich spende dass wir spenden für die betroffenen auch meinen beileid alles gute haltet durch und dann werden wir uns das jetzt hier mal angucken habe ich videos gemacht dazu raussuchen packen hier ein kleiner teil davon ich will mich damit nicht oder wir wollen uns damit nicht als gut menschen so zeigen um lob zu kassieren oder sonst was euch aber animieren und euch dazu bewegen auch was zu spenden oder zu geben falls sie die möglichkeiten habt oder so ja alle zusammenhalten hier die nachrichten der krisenstab hatte blässchen gestern räumen lassen doch viele bewohner wollten nicht gehen ich habe geschlafen hier im haus im ober gestoppt eben kamen die leute vom katastrophenschutz jo leute herzlichen willkommen zu dem video was geht ab hoffe ich geht es gut ich weiß nicht wie ihr davon betroffen seid auf jeden fall jetzt hier wieder an die ruhe gefahren nicht da an dem ort wo ich gestern war wo ihr das video gesehen habt aber jetzt woanders ja checkt ab und ja das waren erst mal die videos auf jeden fall wie schon erwähnt leute spendet haltet zusammen helft wie und wo ihr könnt macht alles mögliche was geht und ja wir spenden auf jeden fall sachen macht das auch und jo da kommt noch ein beweis video und ein video wo ich zeige was in unserem flur steht das war's dieses video haut rein und ciao wie gesagt ne haltet abstand von solchen plätzen gebieten haltet euch an die wahren hinweise sonst was bleibt einfach weg schaut euch die sachen im internet an und ansonsten macht gar nichts haut rein passt auf euch auf macht keine scheiße und ciao so ich 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 ich